Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Kaiserslautern. Zweite Bundesliga 2022-2023, sechste Spieltag. RCFC Kaiserslautern gegen RCFC Magdeburg. Ergebnis 4 zu 4. Startelf, RCFC Kaiserslautern. Lute, Simir, Tomiak, Kraus, Durm, Ritter, Klement, Hecher, Wunderlich, Redondo, Beuth, Startelf, RCFC Magdeburg. Heiman, Hankori, Lawinke, Naka, Belbel, Rikeman, Müller, Kunde, Kakawaking, Schüller, Ito. Das war's von RCFC Kaiserslautern gegen RCFC Magdeburg. 20.32.